Yo, das DJ Iroh von der CrossColors Crew in der Greenery Force. Ich werde hier einen DJ-Workshop geben bei der Step-to-Distanz-Schule. Unter anderem werdet ihr Scratch lernen, back-to-back. Oder einfach Lupen kennenlernen. Und wer von euch immer mal schon DJ sein wollte oder erstmal ausprobieren will, kann gerne vorbeischauen. What the funky beat? What the funky beat? Bis zum nächsten Mal.